schon ein junger sampling heruntergefallen ist natürlich sehr nett sampling schon wieder sampling gesagt ich hätte natürlich jetzt lieber vier um den kompletten aufwachsen zu lassen das wäre mir lieber da liegt noch auch da liegt nur jede menge holz alter abkommend dahin also so viel war es dann doch nicht okay aber ich denke mal pro combo ein bisschen weiter mit und gibt uns noch ein zeppling das wäre ganz nett und auch genommen drei kriegen wir natürlich nicht da liegt auch noch holz da liegt schon wieder alles gut wenn ich daran denke gehe ich gleich noch mal zurück wenn ich wieder finde so ein notfalls sollten wir zu nahe hier abgerissen haben können wir später auch noch mal nachbasteln hier hätten wir jetzt natürlich ab ab so ach Mist ja ich weiß du hast man irgendwie habe ich ein tastenproblem heute so zack dann geben wir dir noch mehr nein das nicht damit sollst du nicht bauen so plattform 2020 leg los guter freund ich fürchte gerade ich habe sie jetzt in die falsche richtung geschickt sie baut gleich noch rechts fürchte ich da müssen wir jetzt aufpassen ja Mist okay dahin da hätte ich auch vorher dran denken können verflucht aber ist egal starten muss halt von hier noch mal zack material rein ja so kann man die plage gesparte zeit natürlich wieder wasten und jetzt hat das nicht mehr im speicher okay plattform 20 20 so und loslegen mein guter freund warum nicht zu uns jetzt verarschen muss ich doch feststellen zack zack jetzt aber leg los du mal den feldblock da wieder weg auch in der unten liegt doch noch holz okay ja wir brauchen noch dschungelbälder räume aber die tut ja jetzt schön für uns arbeiten wenn da hinten nichts im weg wäre Mist ja demonstratieren so kann man die gesparte zeit wieder wasten ab 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 hier machen wir uns noch eine weitere kletterhilfe so dürfte uns ja wohl reichen um hier hoch zu kommen und dann besorgen wir unseren dschungelbaum in der zeit bastelt die schon mal für uns weiter zack zack wäre jetzt meist wenn wir noch irgendwo ein sapling wäre da oben sind noch welche wo wir nicht dran kommen sehr schön zwei stück sogar gut dann kann man nämlich den komplett wieder nach wachsen lassen wir uns den nächsten kollegen wir werden einiges an dschungelholz brauchen mein test war ja natürlich im creative modus da ist mir dann natürlich nicht so bewusst geworden wie viel zeug das war was da so drauf geht aber ok dann wollen wir uns halt noch ein paar ich meine ist ja nicht so als wären hier keine bäume und zack kein platz mehr kann ja wohl nicht sein ach so die liegen noch da oben kommt runter ab 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 wo hatten wir eben hier hat man nachgefällt hier war das hier müsste ja jetzt schon wieder ein bisschen was rumliegen oder auch nicht da ist wieder ein sapling da kommen noch blöcke da liegen die alle gut müsste doch jetzt uns eine weile weiterhelfen den können wir auch komplett schon nach pflanzen und wieder zu dem anderen ab holz kommt da nicht mehr höchstens noch saplinge was ganz nett wäre zum nachpflanzen natürlich aber ich denke mal jetzt haben wir auch erst mal genug ab hier geht es rüber wie gesagt das ist der nachteil wenn man hier im dschungel arbeitet ist es ein bisschen aufwendig so und da hat unsere turtle fahrt auch sie ist sogar noch dran guck mal an hat sie uns doch nicht eine schöne plattform hier gebastelt wunderbar oder noch mal ein bisschen liegt und ja kurze unterbrechung gehabt aber egal nicht tragisch da hinten ist sie noch am arbeiten jawohl idiot den brauchen wir doch in welche richtung machte denn in die richtung also können wir hier anfangen ab ab könnten wir so was könnten wir die mit hürtel auch machen lassen aber wie gesagt ich habe da keine lust jetzt großprogramme für zu schreiben und wir sollen ja auch nicht alles mit der turtle machen sondern uns nur helfen lassen stellt euch vor ich hätte diese plattform hier auch gemacht das sind dann halt so sachen wofür wir sie einsetzen werden da legt er uns wieder das falsche nach vorne ab ja ist richtig ich war jetzt gerade am überlegen weil hier kommen ja auch noch türen und sowas rein die ecken habe ich übrigens freiwillig da wieder dschungelboot hinsetzen will auch bis runter auf den boden da die turtle ist fertig fünf kohle hat sie verbraucht und 400 blocks platziert zeigt sie uns schön an das programm ist wirklich schön geschrieben weil das das ist jetzt nicht da hat mist du bist so teuer sich da unten liegen zu lassen jetzt kommen wir kommen natürlich nicht wieder hoch blöd was das angeht ist das programm ein bisschen schlecht dass das diese so dumm wieder stehen bleibt wo kommen wir denn hoch wo ist denn unser da hinten ist unser aufgang gut kann man das mal nutzen um von hier aus die erste stelle schon mal runter zu bauen kommen wir da dran ja kommen wir dran da geht bis ins wasser so hat sonst wieder das falsche vorgelegt darüber ein bisschen schwimmen kompatenten fische da ja wo muss nämlich noch ein paar neue tintensäcke mal so ganz nebenbei noch weiter da liegen aber die tintensäcke rum da auch so und hoch da ist die soll ach da hatten uns hochgebracht sagen hä ok sind wir ja schon wieder da wo wir hinwollen noch nicht so wirklich ideal hier unser aufgang verflucht da war es hat jetzt erstmal pause bis wir an die nächste station kommen dann auch mal da weg so könnten wir auch noch zack zack können wir hier nämlich auch höher eins zwei drei ich glaube drei insgesamt fünf oder so ich weiß es gar nicht mehr so genau habe ich das konzept noch nicht im kopf ich habe nämlich mal abgesehen von meinem test so eine farben noch nie gebaut so na zack ja dass ich da immer wieder falle muss natürlich auch sein nachteil eines törtel einsatz übrigens wenn ich das jetzt komplett selber gebaut hätte hätte ich ist so kommen wir da nicht wieder hoch hätte ich der blog der jetzt hier unter der wand ist gar nicht gesetzt weil ich da von unten nämlich eigentlich zur zierde treppen hinsetzen möchte rauskommen und wir haben haben wir dort mitgebracht nee natürlich nicht natürlich sehr geschickt und ich gucke hier gerade ich habe ich glaube drei hoch 1 2 eine sekunde noch mal ich muss noch mal passieren so ja ich musste hier noch mal gucken das muss drei hoch oder rennen ja ja ja